hallo und herzlich willkommen zum sechsten teil hat das basic kurs und den c128 für einsteiger und heute leute wird schon ein bisschen interessanter weil heute nehmen wir mal die if den schleifen durch und da können wir ja am c128 wesentlich mehr als am c64 ja und um mal zu zeigen was ich den schleifen machen ja schreiben wir mal ein kleines programm weil ich finde so kann man es am besten erklären ja wir schreiben mal 10 a ist gleich drei wir geben aus in der zeile 20 die zeile a die variable a und sagen in der zeile 30 a ist gleich a ist gleich a plus 3 so da haben wir es ja und jetzt kommen wir zur if ten schleife jetzt sagen wir 40 if a größer 30 50 60 jahre soll in der zeile 60 springen in der zeile 50 sagen wir goto 20 und in der zeile 60 sagen wir also dort wird das programm beendet ja ich erkläre das programm noch mal kurz an der zeile 10 legen wir die variable a mit dem wert 3 fest in der zeile 20 geben wir a aus und in der zeile 30 geben machen wir folgendes ja wir addieren a immer mit 3 ja und in d und hier sind wir jetzt bei der if 10 schleife hier sagen wir if a ist gleich größer 30 ja 10 60 ja also das heißt wenn diese bedingung war es und diese bedingung ist es dann war wenn a größer als 30 ist wird das was hinter dem them befehl steht ausgeführt ja solange diese falsch ist wird das was hinter dem steht ignoriert ja in dem fall könnten wir schreiben goto 60 das brauchen wir aber nicht ja manchen programmen oder programm kurz werdet ihr auch finden dass hier steht ten goto 60 also das gibt es natürlich aus ja also das heißt da solange sie nicht weiß wird das nicht ausgeführt dann wird der goto befehl ausgeführt und wir springen wieder in die zeile 20 ja ich starte das programm mal ja und ihr seht da er rechnet genau bis 30 ja und damit wird dann in die zeile 60 gesprungen ja was passiert aber hier wenn ich schreibe a ist kleiner 30 kann wir auch mal machen wir starten das programm und ihr seht ja es wird nur der wert 30 abgegeben ausgegeben und dann hat das programm schon abgebrochen ist in die zeile 60 gesprungen ja und zwar deswegen weil wir ja sagen a ist kleiner 30 und 3 ist ja schon kleiner 30 und damit ist diese bedingung war ja und wird eben die zeile 60 ausgeführt ja das machen im prinzip ja die 10 schleifen genauso ist wenn ich hier schreibe natürlich ist gleich wenn wir es noch mal aus dann wird bereits schon in der zeile 27 abgebrochen bei der zahl 27 abgebrochen und ihr die zahl 30 wird uns gar nicht mehr ausgegeben warum ist das so wir schauen uns den programm code noch mal an ja weil ja hier ja in dem moment die bedingung war es ja wo die zahl a den wert 30 hat ja darum wird sofort in die zähle 60 gesprungen ja während den wenn ich sage a ist größer ja also muss größer sein als 30 ja dann wird die zahl 30 natürlich noch ausgegeben ja weil wenn a 30 ist also a den wert 30 hat ja ist 30 ist nicht größer als 30 30 ist eben gleich 30 ja und daher wird das in dem fall die zahl 30 noch mit ausgegeben ja das ist der ganze grund ja also man sieht ja es macht halt schon in riesen unterschied was man hier angibt ja je nachdem er verzweigt natürlich die if 10 schleife ja je nach wert entweder früher oder später ja also ihr habt gesehen hier macht es einen unterschied ob ich schreibe ist größer ja ist kleiner oder ist gleich also so weit ja das ist mal das grundprinzip der if 10 schleifen ja und soweit hätten wir das programm ja auch am c64 ja bleiben können aber jetzt passt mal auf ja wir können hier folgendes machen ich lösche mal die zeile 50 ich liest du hast das programm wieder dass er sieht dies weg ja und jetzt schreibe ich ja passt mal auf ja ich blättere hier um ich gucke nämlich ein bisschen so in das buch will mich da so ein büßchen an das buch halten ja weil ich finde das ist schon ganz gut gliedern und sage hier doppelpunkt ja und werbe l a e l s e ja und sage 20 ja und dann starte ich das programm wieder ja und er sieht das hatte den gleichen effekt ja es ist nämlich so dieser befehl hier ja wissen wir sie und noch mal schön ja macht nämlich nichts anderes ja als das ja solange die bedingung a ist gleich größer 30 nicht weiß ja bringt ja der if befehl auf diesen befehl ja und für den aus muss aber natürlich dann in einer zeile stehen also wenn in einer eigenen zeile schreibt ja ja ob das so funktioniert können wir ja mal testen ja beschreiben einfach mal 50 20 ja und laufen hier das weg das können wir ja auch mal probieren das funktioniert ja er sieht das funktioniert nicht ja also wenn der der befehl ja nicht unmittelbar nach den kommt wenn ihr den in einer eigenen zeile schreibt dann funktioniert das nicht der befehl wird einfach übersprungen ja sagen wir es mal so ja und daher landen wir auch automatisch in der zeile 60 ja weil dieser befehl hier mehr oder weniger von basic interpreter ignoriert wird ja die sehakt das funktioniert nur ja solche verzweigungen ja wenn ja das unmittelbar nach den spät und unmittelbar heißt eben nicht ja in einer eigenen zeile also das muss in einem doppelpunkt folgen ja und das können wir zum beispiel schon am c64 nicht machen weil der c64 kennt zwar die if den schleifen ja aber diese versionen von basic ja haben eben diese diesen lc befehl nicht gekannt ja und daher ist sowas auch nicht möglich das ist manchmal ganz praktisch wenn wir bei einer if ten schleife eine abfrage haben und die ist halt dann falsch dass wir dann gleich in der zeile in einen in eine andere zeile springen können ja da müssen wir unten nicht goto schreiben und 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 das ist sehr praktisch ja wir lösen das nochmal ja denn es gibt nämlich noch einen zusatz für für und das ist und das sehen wir uns am besten mal in hand eines kleinen programms an das ist am besten erklärt ich habe das nämlich schon vorher programmiert und abgespeichert dass der kurs dann nicht ganz so lang wird es gibt nämlich dann noch etwas aber den if den schleifen gibt es nämlich auch noch end und 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 das lasse ich hier aber bewusst aus weil ich habe ein kleines programm geschrieben das habe ich auf der originalmaschine geschrieben und nicht hier das dezimal zahlen ja ein hexadezimal zahlen umrechnet und umgekehrt und da habe ich mir zuerst gedacht ich mache es halt so dass ich sage naja versucht ich zeige euch das programm versucht das mal nach zu programmieren ich werde das aber nicht machen ja sondern ich werde mir das programm ausdrücken ja und dann werden wir das zum abschluss gemeinsam programmieren also ich werde euch zeigen wie ich es gemacht habe ist kein optimaler gott das kann man besser machen ohne jede frage ja aber auf das kommt es auch nicht an aber ich habe mir dann gedacht zum beispiel code ja wer vielleicht zum abschluss nicht leichter hoppla das hat man nicht hingehaut wenn ihr unten user eingeben funktioniert natürlich nicht ja und wir sehen uns mal dieses programm an das ist so ein kleines zahlenrate spiel ja diesen ersten befehl hier ja den kennt ihr noch nicht den habe ich haben wir noch nicht durchgenommen und der macht nichts anderes als den bildschirm zu löschen ja also wir müssen am c 128 jetzt nicht schreiben ja print ja klammer auf und dann dieses negative herz und wieder klammer zu aber können auch diesen befehl benutzen dann habe ich euch letztes mal unterschlagen er will gezeigt habe dass man das mit der chr string machen kann ja oder eben mit diesen steuerzeichen wir haben einen eigenen befehl der print befehl hier hinten hat nichts zu sagen ja der bewirkt nur dass wir eine zeile nach unten rücken ja also wir müssen hier nicht jetzt und schreiben chr string klammer auf 17 klammer zu oder anführungszeichen steuerzeichen und klammer zu und anführungszeichen wieder erreicht wenn wir nur eine zeile nach unten springen ein einfacher print befehl ja dann haben wir wieder einen print befehl ja geben sie ja zwei zahlen für ja und dann haben wir die habe ich jetzt in dieses chr string genommen 17 das ist der code ja um eine zeile nach unten zu rücken ja wir hätten hier genauso einfach da neuer zeichen also das heißt die einfach die taste nach unten drücken können ja dann hätten wir uns den befehl hier unten erspart in der zeile 40 haben wir wieder einen print befehl ja da kommt die zweite ausgabe ja unten und obere grenze ein ja dann haben wir den input befehl dort geben wir die unterste grenze ein dann haben wir den input befehl für die oberste grenze die zeile 70 werde ich jetzt nicht so genau erklären weil den zufallsgenerator ja den nehmen wir dann in einem eigenen video durch das wird nicht so lange weil zum zufallsgenerator gibt es nicht so viel zu sagen in der zeile 80 sagen wir input ja geben den text raten sie aus ja und fragen die variable ist z ab ja in der speichern wir die zahl ja die wir raten und ja jetzt machen wir folgendes jetzt sagen wir ja s z ungleich z also z ist die zahl die wir in in zufallsgenerator in der zahl 70 regeneriert haben ja dann beginn wäre die jetzt nicht ungleich hier ja diese zahl ja also das heißt wir würden sie sofort erraten das kann ja auch sein ja dann würde dieser ganze block hier ja bis b die end ja und goto 80 übersprungen ja also das programm würde erst in der zeile 130 fortsetzen nicht in der unterzeile an der zeile 120 mit die goto befehlen ja warum das so ist zu denen kommen wir noch ja und jetzt passiert folgendes ja ist die bedingung war ja also haben wir die zahlen nicht erraten ja dann teilen wir mit beginn denn basic interpreter mit ja dass jetzt ein block ausgeführt wird wenn diese bedingung war ist und zwar der ganze block ja und dieser block wird aber nicht ausgeführt wenn die bedingung war sein sollte in unserem fall ja die doppelpunkte hier die haben nichts zu sagen ja die habe ich nur eingeführt um das programm ein bisschen besser zu strukturieren also das kann man machen ja wenn ein programm ein bisschen eine struktur verpassen will ja wie hier dass man eben sieht welcher block zusammen gehört und hier machen wir im prinzip ja dasselbe was ich im ersten beispiel gezeigt habe wir fragen ab da ist z kleiner größer als z dann sagen wir die zahl ist kleiner also geben den text aus die zahl ist kleiner klar ja wenn es z größer ist als z also die zahl die der zufalls generator erraten hat ja dann haben wir eine zu große zahl eingeben und darum geben wir aus ist kleiner ja und ihr seht ja hier ist im prinzip noch mal dasselbe befehl ja nur ist der unterschied dass wir hier nicht geschrieben haben ist größer sondern ist kleiner ja und wenn es z kleiner wäre als z dann geben wir den text ja die zahl ist größer aus ja wenn die bedingung falsch ist wird das übersprungen ja und dann kommt beend wir beenden das ja und bei beende ist es so ja dass der befehl der unmittelbar nach beend kommt ausgeführt wird ja aber der muss unmittelbar nach dem kommen ja das darf nicht in einer eigenen zeile stehen was passiert wenn der eine eigene zeile steht das können wir dann uns ansehen ja und in mikoto also wenn wir die zahl nicht erraten haben ja springen wir wieder zurück in die zeile 80 haben wir sie erraten wird auch die komplette zeile 120 ausgelassen ja und es wird der text ausgegeben hurra sie haben die zahl erraten ja wir starten das programm mal ja sagen obere grenze untere grenze ist 10 obere grenze ist 20 wir wollen sie nicht zu weit treiben naja sagen wir 15 ja sagt die zahl ist kleiner ja dann wird es wahrscheinlich elf sein 10 ja sie war 10 ja ihr seht das programm funktioniert und jetzt passt mal auf jetzt machen wir folgendes wir fügen mal die zeile 125 ein schreiben dort in goto 80 ja und löschen ja hier das goto raus ja ich lisse das programm noch mal ja ihr seht der goto befehl steht jetzt in einer eigenen zeile und dann starten wir das programm dann sagen auch mal 10 ja sagen noch mal 20 ja jetzt raten wir wieder mit 15 zahlt die zahl ist größer nehmen wir 17 ja jetzt alles größer nehmen wir mal 19 ja die zahl ist größer nehmen wir 20 die zahl ist größer ja ihr seht das programm funktioniert nicht mehr richtig ja und das hat einen ganz einen einfachen appala und bricht ab einen ganz einen einfachen grund ja weil ja wir ja in der zahl 90 mit beginn ja den basic interpreter mitteilen dass er diesen block ausführen soll und es ist eben so wie ich gesagt habe das hinter b end ja nur der befehl ausgeführt wird der im unmittelbar folgt ja weil wir aber hier den goto befehl jetzt in eine neue zeile gesetzt haben ja wird immer ja auch wenn wir die zahl erraten haben ja der befehl goto 80 ausgeführt und dafür und dadurch springen wir wieder in die zahl 80 also in die eingabe raten sie ja und daher funktioniert das programm nicht mehr richtig ja also da müsst ein bisschen aufpassen denn ja es wird nur das hinter diesem befehl ausgeführt was ihnen unmittelbar folgt also das muss man halt beachten da kann man sich natürlich wenn man das nicht berücksichtigt ja das in der zeile 120 der goto befehl unmittelbar folgen muss damit der start dem ausgeführt wird ja dann sucht man sich zum hugo weil im prinzip ja das programm richtig programmiert ja wir haben ja keine irgendwelchen fehler drin die dafür sorgen das programm nicht richtig funktioniert aber der basic interpreter ebenso wie er das interpretiert er machte nicht mehr das was wir wollen daher wie gesagt aufpassen beim vorigen befehls habt ihr auch gesehen ja wenn ich die gute else in eine eigene zeile gesetzt habe dann wird der befehl vollkommen ignoriert ja das funktioniert eben nur ja wenn diese befehle unmittelbar folgen eines gibt es allerdings nicht ja das war dann in späteren basic versionen ja in dem man entscheiden könnte ja zwischen zwei blöcke die ausgeführt werden in späteren basic versionen war so dass man jetzt sagen konnte mit so einem befehl okay wenn die bedingung wahr ist führst du diese programmzeilen aus und wenn sie falsch ist führst du diese programmzeilen aus ja das kann ich erst in späteren basic versionen ja aber wir können uns natürlich hier auch mit denen natürlich schon wesentlich mehr helfen als am c64 weil wir natürlich schon mal ganz andere möglichkeiten haben natürlich kann man auch mit dem basic test 64 ja so eine aufgabe wie es wir hier gelöst haben ja indem wir ein paar befehle zusammengefasst haben die ausgeführt werden sollen das auch lösen ja aber es ist halt nur komplizierte zu programmieren ja und ja das war es in großen und ganzen aufschauen von den if ten schleifen denn wie gesagt ich werde es dann so machen dass wir da dann eben so ein kleines programm schreiben ja das werden wir zusammen da machen wird es nicht zu machen dass ich sage versucht zu programmieren und da kommen wir dann auch noch auf die verknüpfungen end not oder also und oder oder nicht weil ich finde das lässt sich dann dort besser erklären und dann hat man auch einen schönen zusammenhang war in diesem zusammenhang werden wir auch die schleifen noch benutzen zu denen wir dann noch kommen und dann haben wir eigentlich so im groben und ganzen einsteigerkurs mal durch dann hat man schon mal eine grundbasis wo man aufbauen kann ob ich dann noch weiter gehe und andere befehle noch durchnehmen das weiß ich noch nicht ja das muss ich mir erst mal ansehen ja weil es ist natürlich so ja ich habe sie gesagt ich war ja jetzt sechs monate auswärts ich war nicht zuhause daher war es ein bisschen dürftig mit den videos ja und jetzt habe ich frei weiß aber nicht mehr wie lange das wird die woche oder nächste woche wieder losgehen und dann ist auch nicht mehr so viel zeit für die videos darum muss ich mir das überlegen wie wir das machen vielleicht mache ich dann einmal pro woche ein video oder alle zwei wochen das weiß ich noch nicht wo ich das halt einmal so und einmal so mache okay ja dann hoffe ich das video hat euch gefallen ja und wenn ja gibt ihm doch bitte einen daumen hoch und dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten tag leute und bleibt gesund